Hallo Leute, hier ist wieder Onkel Pitti. Ich spiele wieder die Beta von Metal of Honor 2010 und bisher bin ich nicht so besonders angetan, bin etwas enttäuscht, aber es ist ja auch nur die Beta, da kann ja noch einiges kommen, also wollen wir mal nicht so sein. Gehen wir einfach mal rein ins Spiel, Latschen los, Risiko, Risiko, da sehe ich niemanden, klar, ich sag ja, ich bin nicht besonders angetan, bisher nervt mich das Spiel eher. Hier sehe ich niemanden, mal wieder ein. Oh, da war doch was. Wo sind sie? Ah, da oben habe ich was gesehen. Ruisa. Haben wir ihn doch. Ah, den habe ich noch mitgenommen, ja, den habe ich noch mitgenommen. Oh ja. So, nächster Versuch. Oh, da hockt der da oben. Boah. Ich spring mal hier rein, mal gucken. Warum verstecken die sich alle nur? Können die sich nicht ein bisschen bewegen? Ich gehe mir echt auf den Sack. Egal welchen Shooter. So. So, Handgranate. So, die habe ich auch. Scheiße. Ah, das war klar. Naja, egal. Oh, ich habe noch gekriegt. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ah, habe ich ihn. Ah, verdammt, jetzt haben sie mich. Da hätte ich lieber noch ein bisschen warten sollen. Aber egal. Oh. Kommen da Gegner oder was? Oh ja. Werfen wir mal eine Handgranate da hinten rein, falls da noch einer ist. Mann, wie oft kann man den denn nutzen? Eine Raketenwerfer. Hat man da unendlich Munition, habe ich schon gedacht. Ne. Das wäre aber ein bisschen lächerlich, oder? So. Versuchen wir es nochmal. Scheiße. Mist. Hat mich im falschen Moment erwischt, der Hund. So, was geht jetzt hier ab? Und Granate. Na toll. Das war ja wohl nix. Achso, der ist schon erled... Ich will eine Killcam. Verdammt nochmal. Scheiße. Meine Fresse. So langsam geht es mir richtig auf den Sack. Das Bad kann man doch nicht verkaufen, Mensch. Das ist doch scheiße. So, wo seid ihr? Hm. Oh, da hab ich doch was gesehen. Ist der hier? Nee, hier ist keiner. Zumindest jetzt nicht. Dabei hat sich doch auf der Web gerade noch was gesehen. Hab ich zumindest gedacht. Hm. Klar, der hat mich natürlich sofort gesehen. Super. Ich kann nur sagen, es kotzt mich an, das Spiel. Hm. Tja, so wie ich langsam in der in der Tabelle nach unten. Tabelle, mein Gott. Hä? Oh. Wow. Hab ich da tatsächlich überlebt? Das hätt ich nicht gedacht. mein Gott. Das Spiel ist einfach nichts für mich. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Das ist unglaublich. Ich sollte das eigentlich gar nicht mehr spielen, aber tut man nicht alles. Tut man nicht alles für einen Blödsinn. und hopp. Machen wir mal tuben vielleicht. Oh, das ist es schon gewesen. Oh, ist das scheiße. Bin sehr unzufrieden. Bin sehr unzufrieden. Ich glaube, ich zocke das eigentlich nur noch, um euch ein bisschen was davon zu zeigen. Ich kriege nichts gebacken. Wirklich.